Menschenrechte Existenzsichernde Löhne Arbeitsschutz Gerechtigkeit Fairness Solidarität Ein sicherer Arbeitsplatz für alle Einfach mal für was einstehen Ich bin für Menschenrechte Und ich bin Anne von Encota Encota engagiert sich für Menschenrechte in der Arbeit Das heißt auch für eine gerechte Modeindustrie Und Encota ist seit vielen Jahren Träger für die Kampagne für saubere Kleidung Mit mehr als 30 Aktivistinnen und Aktivisten haben wir an Ideen getüftelt Wie wir das Thema Menschenrechte in der Mode, in der Schuh- und Bekleidungsindustrie noch bekannter machen können Und was kann diese Botschaft besser transportieren als Kleidung? Die Leute tragen so viele unsinnige Shirts mit so vielen unglaublichen Messages Aber hier unten, da gibt es Shirts mit Courage, die gehören hier hin Und die Shirts sind von uns, von DNA Merch, hergestellt in einer selbstorganisierten Näherei in Kroatien Hallo, ich bin Parag von Phenogenik Wir produzieren Stoff für eure T-Shirts Holt euch ein, Shirt for Change und unterstützt unsere Arbeit Ein Teil des Geldes fließt direkt in die Unterstützung der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Schuhindustrie in Indien Mit dem Geld beraten wir unsere indischen Partnerorganisationen direkt Fabrik- und HeimarbeiterInnen zu ihren Rechten Die Gratis! Shirts for Change, damit Menschenrechte in Mode kommen Die Gratis! 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 Vielen Dank.